Alros, der Allround-Service für Haus und Garten. Profitieren Sie vom Allround-Service der Firma Alros. Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner, wenn es um Hauswartungen, Gartenpflege, Reinigungen, Zügeln, Grabpflege oder Entsorgungen geht. Mit Alros sind Sie auf der sicheren Seite, denn mit uns haben Sie einen Ansprechpartner für alle Belange rund um Haus und Garten. Wir pflegen Ihren Rasen mit professionellen Mitteln und Werkzeugen, damit er wieder so perfekt aussieht wie am ersten Tag. Zu der Rasenpflege gehören die Unkrautbeseitigung sowie das Vertikotieren und Düngen, Laubaufsammeln und natürlich das Rasenmähen selbst. Wenn Sie große Mengen an Unrat zu entsorgen haben, ist es empfehlenswert, einen professionellen Entsorgungsservice in Anspruch zu nehmen. Wir erledigen für Sie die fachgerechte Beseitigung aller Abfälle schnell und unkompliziert. Regelmäßiges Schneiden fördert das Wachstum und die Form Ihrer Pflanzen. Mit den passenden Werkzeugen schneiden wir Ihre Pflanzen und Hecken in die von Ihnen gewünschte Form zurück. Selbstverständlich bepflanzen wir auch Ihre Rabatten und Beete nach Ihren Wünschen und Vorstellungen. Wir reinigen und beseitigen zudem Ihre Kieswege, Belegsplatten, gepflasterten Wege oder den Gartensitzplatz von Unkraut, Pflanzenresten und allen Arten von Verunreinigungen. Muss es vorwärts gehen, lüte mal Russ an. Musik 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 Musik